Jetzt ist es natürlich so, dass Sie nicht nur ein, zwei Datensätze manchmal ins System bringen wollen, sondern vielleicht auch eine neue Anlage beschafft haben, zusammen mit der Anlagendokumentation eine Ersatzteilliste bekommen und sich die Frage stellen, okay, was sind das eigentlich genau für Ersatzteile, die Informationen darin entschlüsseln und sich vor allem fragen, welche dieser Ersatzteile habe ich schon als Materialnummer und vor allem, welche davon habe ich in meinem Lager schon verfügbar. Jetzt können Sie natürlich hingehen und sagen, okay, ich lösche Sonderzeichen, lasse einen S-Verweis drüber laufen und fräse mich so ein bisschen Listenposition für Listenposition durch die Dokumentation durch. Das kostet Zeit und Geld, weil es eine Menge Aufwand ist. Oder Sie sagen, prima, ich nutze den Spare-Tag-Login, laden diese Ersatzteilliste einfach hoch und die Spare-Tag-Algorithmen fräsen sich dadurch, identifizieren Originalherstellerteile, auch über die verschiedenen Baugruppen hinweg, finden wir Duplikate in der Liste, kondensieren das Ganze, stellen Ihnen diese Information zur Verfügung, technische Klärungsfälle mit Herstellern lösen wir in direkter Absprache für Sie und Sie bekommen im Ergebnis eine duplikatfreie, mit Originalherstellerdaten aufbereitete Ersatzteilliste, die wir insbesondere auch dadurch dann sehr gut mit Ihrem bereits angelegten Materialstamm abgleichen können, sodass Sie gerade bei der Ersatzteilbeschaffung auch eine saubere Entscheidungsbasis haben, was davon lege ich mir jetzt hin, wo habe ich ein Teil und möchte vielleicht einfach nur den Bestand erhöhen. Und dadurch lässt sich natürlich nicht nur Zeit für den gesamten Prüfaufwand der Ersatzteilliste massiv reduzieren und damit der Aufwand, die Datenqualität erhöhen, sondern insbesondere auch die Beschaffungskosten für die Ersatzteilstattung massiv reduzieren. Und das macht natürlich Laune.